Es ist natürlich eine inspirierende Atmosphäre, Menschen, die an der Zukunft arbeiten. Hashtag Neuland ist für mich zukunftsgerichtet, innovativ und inspirierend. Das Thema Digitalisierung, das Thema Nachhaltigkeit zieht sich durch die gesamte Gesellschaft. Today feels more of a network, so I've met so many people already. Die Atmosphäre ist geprägt von Interesse, von Neugierde auf Neuland. tweede Bild um Gatlinig. iin gaud gja